Harry Angel jagt ein Phantom. Ich will wissen, ob Johnny noch lebt oder ob er tot ist. Durch eine Welt aus Lügen. Johnny Favorit hat diese Privatklinik vor genau zwölf Jahren für immer verlassen. Schmutz und Voodoo-Zauber. Sie ist eine Mambo-Priesterin wie ihre Mama, seitdem sie es halt sie 13 ist. Alan Parkers episches Meisterwerk. Angel Heart. Haben Sie Angst? Bei Kinobel TV. Wie er verflucht, sind Sie Seifer? Vergessen Sie nicht, wo Sie sind. Messer Seel. Eine Pakt mit Satan hat er gemacht. Er hat ihm seine Seele verkauft.